Hallo und Willkommen in mein Paketelager. Ich habe einige Pakete schon bekommen und ein paar kommen immer noch und wer mich kennt, weiß, dass ich echt Probleme damit habe, die nicht zu öffnen. Und überwiegend habe ich mich zusammengerissen, habe nur ein bisschen reingelinzt in ein paar Paketen. Hier habe ich meine ganze Wabe, mein Habegut, mein EC-Gerät ist schon da, da habe ich natürlich schon reingelinzt. Wichtig, wichtig, die Technik. Palettenlaube, Sessel, Rezeption, eine Trockenhaube, kann nämlich auf den Röntgenblick, mein Hair Booster und die Spiegel. Gut, ich habe auch noch einen Pfeifen, die Feder. Da war sie nicht zu sehen. Ich mache sie nicht. Die beiden jetzt haben wir einen ... und Karton in Karton. Das sind die Systeme, wo die Farbtuben reinkommen. Das müssen wir noch aufbauen. So sehen sie aus. Salonplaner 2021. Also ich kann auch die Termine schon nächstes Jahr wahrnehmen. Bis zum nächsten Mal.